Nur noch wenige Tage bis zum Startschuss des dritten Musikfest Erzgebirge. Zum Auftakt wurden nun Medienvertreter zu einer Konferenz eingeladen, um einen ersten Blick auf das kommende Event zu werfen. Nachdem vor zwei Jahren die hochkarätige Musikreihe mit dem Motto »Hoe Kunst, tief verwurzelt, erdverbunden« war, wirft man dieses Jahr Blicke von den Berggipfeln unserer Heimat hinab. Denn so lautet der diesjährige Titel. Und was man da sieht, sind, wie in den letzten Jahren, hochkarätige Musiker aus aller Welt, aber auch einige Neuheiten. So gibt es nun mehr Angebote für die Jugend, wie ein Kinder- und Schülerkonzert. Beim Nachtklangkonzert lauscht man in einem Bustepot drei jungen und innovativen Ensembles und kürt am Ende einen Gewinner. Diesen winkt eine CD-Produktion bei Deutschlandradio Kultur. Eine weitere Neuerung und wohl auch Erweiterung des Musikfest Erzgebirge ist dieses kühle Blonde. Extra gebraut wurde das Edelpilz persönlich von Geschäftsführer und Dramaturg Ben Uhle ausgewählt. Hergestellt wurde das Musikbier in der Glückaufbrauerei. Da heißt es zum Schluss nur noch Prost! Der Kartenverkauf geht nun in die Endrunde. Für viele Konzerte gibt es nur noch wenige Restkarten. Interessenten können diese in den Shops der Freien Presse, im Festivalbüro oder online unter reservix.de erwerben. Porsche, betriebene Fasche, den Porsche heissen.